Letzter Ferientag heute bei perfektem Freibadwetter, also noch mal rein ins Wasser, bevor morgen wieder die Schule dran ist. Und damit ganz herzlich willkommen zu Ihrer Lokalzeit OWL, wie immer live aus Bielefeld. Abkühlung und Spaß haben mit Freunden, das haben heute noch mal viele ausgenutzt, auch im Bielefelder Wiesenbad. Wer gute Nerv, malerweise würden in diesen Tagen auch am Flughafen Paderborn-Lippstadt die Ferienflieger landen und Scharen von Urlauber zurück in die Heimat bringen. Wegen Corona ist dort in diesem Jahr aber absolut tote Hose. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass der Flughafen Paderborn-Lippstadt wegen der fehlenden Fluggäste eine geordnete Insolvenz anmelden will. Finanzielle Hauptträger des Flughafens sind umliegende Kreise und die Stadt Bielefeld. Jetzt melden die Ersten, dass sie aus den Verträgen mit dem Hauptgesellschafter dem Kreis Paderborn aussteigen wollen, weil sie für die hohen Defizite des Flughafens nicht weiter aufkommen möchten. Noch mal damit, dass jeder versteht. Was ist der Unterschied in Bezug auf den Flughafen zwischen dieser Insolvenz in Eigenregie und einer richtigen, sofortigen Insolvenz? Das Problem ist für alle Zeiten vorbei und wir haben nie wieder eine Chance, von dort aus zu fliegen. Alle Genehmigungen sind weg. Es war immer nicht nur für Sie, sondern für alle hier in der Region wichtig, eigentlich so einen Flughafen zu haben, einen Regionalflughafen zu haben. Wir haben auch auf unserer Facebook-Seite heute mal nachgefragt, fliegt ihr von Paderborn, fliegt ihr nicht von Paderborn? Und ganz viele sagen, ja, wir finden das super, den Flughafen vor der Tür zu haben, auch wenn wir es vielleicht nicht immer nutzen, weil die Angebote dort teilweise teurer sind als meinetwegen in Hannover oder in Dortmund an den Flughäfen. Was ist denn jetzt genau das Problem? Warum ist der in diese finanzielle Schieflage geraten? Ist es jetzt nur momentan Corona oder ist da schon vorher einiges schiefgelaufen? Wir haben es eben im Film gehört, Güterslovel raus, Kreis Lippe hat es angedeutet, eben so die Stadt Bielefeld. Glauben Sie denn, wenn die Sanierung durch ist, dass Sie am Ende überhaupt noch genug Partner haben, um das Ganze zu finanzieren? Also Sie glauben, es gelingt und wir werden auch weiterhin einen Flughafen in Paderborn-Lippstadt haben in den nächsten 10, 20 Jahren? Ich bin zuversichtlich, dass das gut gelingt. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio. Bitte schön. Corona hat viele ins Homeoffice an den heimischen Computer gezwungen. Auch die Schüler mussten wochenlang von zu Hause aus lernen. Aber damit das gut klappt, das wissen wir alle, braucht es Digitalisierung. Und zwar nicht nur zu Hause, sondern vor allem auch an den Schulen. Und da lässt die Ausstattung tatsächlich zu wünschen übrig, hat eine aktuelle WDR-Recherche landesweit ergeben. Es gibt aber auch positive Beispiele, zum Beispiel bei uns in der Region in Blomberg. Mit Beginn des Jahres 2014 wurde das Preußen-Museum in Minden aufgrund von Finanzproblemen geschlossen, später dann vom LWL übernommen. Die Wiedereröffnung hat sich aber immer wieder verschoben. Im kommenden Frühling soll es jetzt endlich soweit sein. Mit einem neuen Konzept will das Museum den Neustart wagen. Und tief in den Katakomben tut sich auch schon was. Dort sind die Räume, in denen all die wertvollen Gegenstände gelagert werden, die ausgestellt werden sollen. Normalerweise darf dort keiner rein, aber Sie ahnen es schon, für uns hat das Museum eine Ausnahme gemacht. Wasserknappheit ist ja momentan ein großes Thema. Wir sollen so viel wie möglich sparen. Dabei würden viele Hobbygärtner momentan am liebsten den ganzen Tag lang gießen. So durstig sind die Pflanzen im Garten. Grund genug für unseren Lokalzer Gärtner Rüdiger Ramme, Ihnen heute eine Pflanze vorzustellen, die Hitze und Trockenheit geradezu liebt. Die Rutenhirse ist die Staude des Jahres. Dank neuer Züchtungen hat sich das Ziergras zur echten Trendpflanze entwickelt. Es gibt etliche verschiedene Sorten und da ist garantiert für jeden was dabei. Viele entdecken in diesem Corona-Sommer das Wandern für sich und dafür muss man gar nicht weit fahren. Auch hier bei uns in der Region gibt es jede Menge schöne Wanderwege. Aber welcher lohnt sich wirklich? Wer sich nicht überraschen lassen will, sondern vorbereitet sein möchte, der kann sich neuerdings online kurze Videos der Wanderwege rund um Lemgo anschauen. Die Lemgo Marketing GmbH setzt bei der Vermarktung ihrer Wanderwege also auf mediale Verführung. Und wir haben den Mann getroffen, der die Bilder gemacht hat, die uns nach Lemgo locken sollen. Und nicht beim Wandern, sondern auf dem Weg zur Arbeit ist dieses schöne Bild hier entstanden. Unser Zuschauer Wolfram Dickel fiel die Lichtstimmung im Gellershagenpark in Bielefeld auf. Da musste die Arbeit kurz warten, um die schöne Stimmung einzufangen. Das hat sich gelohnt. Ganz herzlichen Dank dafür. Und wenn Sie auch irgendwann mal irgendwo ein schönes Motiv entdecken, das kann auch gerne bei Regen sein, das muss nicht immer bei perfektem Sonnenschein sein, dann holen Sie Ihr Handy oder Ihre Kamera raus, knipsen Sie das Ganze und zwar unbedingt horizontal, nicht hochkant, dann passt es nämlich nicht auf unseren Monitor hier drauf. Also bitte einfach die Kamera querhalten, uns das Foto dann schicken an unsere E-Mail-Adresse unter studio.bielefeld.atwdr.de und wir freuen uns auf Ihre Fotos, die wir dann hier im Laufe der Woche vielleicht noch zeigen werden. Und damit sind wir beim Blick auf die Wetteraussicht in den folgenden Tagen. Und die Temperaturen, Sie haben es eben vielleicht gerade noch gesehen, gehen in der kommenden Woche dann langsam wieder nach unten. Ich wünsche Ihnen einen richtig schönen Abend. Hier bei uns im WDR Fernsehen geht es weiter mit der Tagesschau. Bis zum nächsten Mal.